Hallo, wir sind Gerda und Robert und stellen euch jetzt das Projekt Scherenkehr vor. Stellt euch vor, eure 67-jährige Oma Eva sitzt allein zu Hause. Für eure Familie ist es eine stressige Woche. Keiner hat Zeit mit ihr einkaufen zu gehen oder sie zum Routinecheck zum Hausarzt zu begleiten. Vor ihrer Haustür steht ihr Auto, welches sie kaum mehr nutzt. Auf der anderen Straßenseite gegenüber lebt die 19-jährige Studentin Sabine. Die hat kein eigenes Auto, würde aber manchmal eines brauchen. Was ihr zur Verfügung steht, ist ein bisschen mehr Zeit. Wir wollen nun diese beiden Personen zusammenbringen mit unserem Projekt Share & Care. Share & Care nützt dabei die Plattform carshaling247.com. Auf dieser privaten Carshaling-Plattform teilen mittlerweile über 8.000 Menschen private Fahrzeuge mit anderen Mitmenschen. Gegenleistung war bislang ein fairer Anteil an den Fixkosten plus Sprit. Bei Share & Care ersetzen wir die Geldleistung durch ein bisschen soziale Hilfe und Unterstützung im Alltag. Wir wollen jüngere und ältere Menschen zusammenbringen und mit sozialem Carsharing die Umwelt unterstützen. Unterstützt uns damit! Danke!